Ich sage euch jetzt, eine Süßigkeit und ihr sagt, eins für geil, zwei für nicht geil. Hören wir zu. M&Ms. Mhm. 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 Einige Zweier, aber deutlich mehr Einser. Okay, gut, gut. Ja, Kult. Hm? Ja, Kult. Zwei? Wir reden hier gerade schon vom gleichen Ja, Kult, oder? Warte. Ihr meint schon das, oder? Wir reden hier schon vom gleichen Ja, Kult, oder? Das hier. Das. Eins für gut, zwei für schlecht. Aktiv mehr besser. So lost. Boah. Da merke ich auch schon wieder, da merke ich auch schon wieder, dass keine, ne. Da merke ich auch schon wieder, dass wir einfach verschieden sind, Schatz. Okay, letzter Test. Wichtig. Wichtig. Snickers oder Twix? Twix ist doch nicht geiler als Snickers. In Snickers sind Peanuts drin, Idioten. In Twix ist, weiß ich nicht, was da drin ist, aber es schmeckt nicht gut. Twix ist ekelhaft, widerlich. Snickers ist um Welten über Twix. Kann man denn Twix mögen? Lass mich raten, Schatz. Ihr steht auch auf Bounty. Richtig? Eins, wer Bounty liebt. Ja, ekelhaft seid ihr alle zusammen. Widerlich. Bounty auch eklig. Ich mag Kokos, Kokoks, aber nicht im Bounty irgendwie. Nicht meins. Gar nicht meins. Oh, jetzt habe ich eine Frage, Chat. Oh, wichtige Frage. Letzte. Okay, allerletzte. Also, letzte, letzte. Was ist geiler? Snickers Eis oder normal Snickers? Okay. Okay. Wenigstens sind wir uns da eigentlich rufen. Ist okay. Ist okay. Okay. Manchmal habt ihr die falschen Antworten gegeben? Damit komme ich zurecht. Die habt ihr nicht komplett verkackt, okay? Ja. Snickers Eis deutlich geiler als Snickers. Safe. Ich habe aber mal gehört, Chat, dass Snickers Eis eigentlich verboten wurde, weil das ganz krassen Krebs verursacht. Aber irgendwie wird es noch verkauft, oder? Ich sehe das immer noch im Supermarkt. Ich habe da mal mal irgendwas gesehen. Irgendeine News. Das Snickers Eis verboten wurde, weil es krebserregend ist. Aber irgendwie wird es immer noch verkauft. Ganz komisch, Digga. Bester Snack überhaupt sind Dorito Chips. Oh, Dorito Chips mag ich auch gern. Ja, ja. Bin ich bei dir. Ja, ist nicht der beste Snack. Also, da liegst du auf der falschen Fährte, mein kleiner Padavan. Aber Dorito Chips sind stark. Mag ich auch gern. Mag ich wirklich gern. Esse ich aber auch irgendwie gefühlt nur im Ausland. Wenn ich im Ausland bin, in Deutschland esse ich irgendwie nie.